johann willkommen mein name ist ein neuerlp und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of geysersf in der letzten folge haben wir das forschungszentrum von fendel betreten wo auch angeblich vor ihr sein soll und ja wir machen jetzt damit weiter hier kann man hoch ok gehen wir mal ich bin mir nicht sicher aber ich glaube von hier aus kommen wir wieder nein sind wir nicht ich bin verwirrt waren ja noch andere gegen also na super hier weg ich will das nicht mach weiter also noch eine sarkasse ok dann müssen wir die ein wege dagegen entdeckung profaner schöpfung furius insel woher hier ist es ich habe über genug das die Die Facilität ist voll von Monstern und wir haben noch nicht gefunden, deine Frau. Wie groß ist dieses Projekt? Der Größe dieser Laboratorie allein bedeutet, dass wir nahe den Valkonisten. Wie könnte ein schlechtes Land so eine gewisse Facilität wie diese? Um, Sophie, sie haben eine wichtige Gespräche gerade jetzt. Bitte, keine Entschuldigung. Aber der Monster in diesem Tank... Wann gibt's denn merkwürdige Monster? Ja, vielleicht... Irgendwas an diesem Monster ist merkwürdig. Wann gibt's ja normale Monster? Nein. Da haben wir nur eine Entdeckung. Ich kann auch mal gucken. Wir haben einen Entdeckerbuch. Entdeckerbuch. Wir haben... Nein, wir haben schon eins verpasst. Irgendwo in Launt. Nehme ich mal an. Buppenpuppe und irgendeine Entfände. Na gut. Müssen wir uns noch mal umschauen irgendwann. Dann... So, dann... Ich weiß nicht. Ich glaube, da vorne geht's weiter. Deswegen gewert man nach rechts. Auf Kurs! Glaub ich. Weiß ich nicht. Irgendwo muss ich auch wieder ganz zurückgehen. Also... Ich habe... Ich habe eine große Klinge. Nehmen wahr. Mitnehmen meine ich wegwerfen. Man müsste... Geht nicht auf. Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Okay. Dann gehen wir eben... Links... Oben. Ich habe übrigens mal einen Trank des Lebens in den Mixer eingetragen. Und er hat sich bis jetzt immer noch nicht vervielfältig. Was soll der Dreck? Ich meine, ich habe 14 von 15. Einen müsste ich ja noch bekommen irgendwann. Das sehe ich jetzt mal nicht so ein. Und ich tue jetzt mal gekonnt. Die ganzen Gegner ja ausweichen. Wollte mich auf die Nerven. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Hör mich durch. Ich fiege den einen einfach wegschutz. Mein Gott! Geht der mal weg? Ich will nicht gegen euch kämpfen. Das sind doch noch ganz andere Leute hier. Ja. Jetzt wo ich euch angreife, geht da dreht er oben irgendwie. Macht natürlich Sinn. Mann, ich muss unbedingt Werkzeiten hier frängern. Ey! Ey! Warte! Ich glaub' ich gar nichts. So, hab' ich jetzt meine Ruhe und kann speichern und irgendwie sowas. Ich glaub' hier kommt nämlich... Mir geht's gleich richtig ab. Spoiler! Brrrr! Das mach' ich unbewusst, Mann! Oder nee? Weiß ich nicht. Was gibt's seltsame Monster? Monster allgemein? Äh... Verdammt, ich hab' ich Pascal. Doch, ich hab' Pascal. Was? Ich steuer Pascal. Wieso? Da komm' mal her. Wäre es ein wichtiges Monster im Labor, ist es, dass sie sind hat von Biowaffenforschungen? Wir bekommen einen Schlüssel von Lift, das ist gut. Wir bekommen 858 Erfahrung. Da ist auch gut. Ich hab' es anfällig gegen nichts. Okay. Ich hab' das mal her. Warum hab' ich jetzt abgebrochen? Ähm... Ich muss mal kurz... Oh! Wir haben jetzt Dinge zu verneuern. Die sollte ich mir gleich mal ausrüsten. Blutklammer, das hab' ich da immer eingepackt. Und... Ich weiß nicht. Grimsel viel. Ich glaub' du mal von Weitem an. Und du gehst weg von Cherry. Ich glaub' ich spinne. Ja. Wann war knapp? Äh... Ja. Das war knapp. Äh... Das ist jetzt einfach mal, denken wir zu... Blutklammer ein. Und erst natürlich wieder am Frecken, ist klar. Juber hat's macht mich wahnsinnig. bist du auf dem freck ist es ist einfach nicht mehr witzig gut so geweck 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 gewecke zu den feiern ein aber zu wenig ja das ist natürlich sehr gut diese viecher in auftauchen war es doch nicht ganz schlimm dingens da geht mir jetzt nicht auf den nerven warum und du machst es jetzt nicht schon wieder ab wie der letzte woche oder die ignorieren gekonnt den karakter in die steuer und gehen immer den den ich als letztes wieder erlebt habe drauf ja super es ist so typisch und so unfair warum machen die gegner das ich wollte schon sagen so die revitalisierung war das aber gesehen geht das jetzt bitte ich nicht auf ja man es ist langsam richtig unwitzig hier und lustig ja was macht denn sie macht doch gar nichts greift ich noch nicht mal an also hör auf damit die ganze zeit mein gott die kämpfe sind viel unnötig schwieriger als es eigentlich sind immer noch ich muss natürlich wieder hier wie bekloppt meine tränke einsetzen sonst irgendwie nie überleben warum die ganze zeit auf chariot gezielt wenn ich habe keine ahnung bei solchen heiler die ganze zeit angegriffen wird ohne ende es so lustig ganz sicher sind aber natürlich überhaupt nicht nervig wo wird irgendjemanden den typen wir abhängen können und wir sind tot so pascal über lebt man jemanden wieder die sofort wieder angriffen wird ja und sie fragt auch wieder mal auf loszugehen wie unfettert ist weil anders kann ich dann darf ich mal wieder was machen jetzt greifst du mich an das ist super ich danke dir vielmals bin ich verscheuert werde ich meinen anderen an der sie wiederbelebt und dann mein gott hör doch mal auf ich schaue ich nicht mehr poste nehmen irgendwie richtig unfaire verhaltensweisen an ich gehe doch nicht auf so windnadel kommen noch mal und schlag so und weiß nicht ich habe ich noch nie im leben jetzt ja da war knapp und er hat wieder jemand gerufen das ist wunderbar irgendetwas anderes hat er jetzt gerufen aber die anderen kann ich mich jetzt nicht kümmern ja super schon wieder alles aus dem rück muss und ja jetzt haben wir verkackt mein gott hör doch mal auf damit ja wir haben verkackt vor allem was solchen machen wenn die ja so nehmen wir immer raus und turnier ein noch mal so mies ne warte mal kurz ich baue plasma schock das war jetzt schon viel besser mein gott ja sieht gut aus und ich habe schon wieder dinge um ändern jetzt kommt jetzt ganz sicher und hier ist ja 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 okay okay ja 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 aber nein es kommt wieder leute von überall dass mich machen dass mich machen dass mich verankern oder irgendwie so war jetzt geht auch nicht auf schabler los aus irgendeinem grund oder doch weg und das macht ihn überhaupt nichts aus jetzt mal grünen sind mein gott wie die dänen hier zu setzen müssen der kampf jetzt so einfach nur weil ich anstatt meldet jetzt erst mal drin ab ja ich habe schon wieder gesehen wie ein paar fücher waren verdammt 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 auf nein da geht schon wieder auf sie los was ein tank des lebens wurde eingesetzt da muss ich unbedingt hin so irgendjemand blieb mal blieb du mal das kalt ja mein gott er hat schon wieder welche gerufen ich habe jetzt richtig gesehen ich liebten angriff warte mal du hast 10 verdammt habe ich gereicht die drachensturm nein verdammt nix durch die letzte die ich anwähle das kalt jetzt gehen wir wieder noch am ende drauf sehr doch kommen das kann ja gut gemacht mein gott was ist mir los ja ja da kommt da kommt da kommt da kommt da kommt schon der ist gleich weg wir haben auf auf mich loszugehen mann du lebst eine sekunde und dann müssen wir dann sterben sag jawohl 120 minuten mein gott stern schnitt und schwäche resistenz die schwäche eine schwäche sinkt alle seine werte wer muss man nicht wissen boah boss kämpfe nach so vielen training sein ungefähr ja du musst vor ihr sein ja ok leicht ja die sind auch entsetzt ja 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 ich werde dir wissen ich habe lange gearbeitet ich habe lange gearbeitet auf der recherchstellt in diesem experiment ich habe vielleicht auch deine Arbeit als ein Punkt zu Beginn aber was wichtig sind die Ergebnisse du wirst du das du wirst du wirst es ist okay ich habe nicht hierher kam für nichts ich weiß, dass du viel Arbeit hast aber egal wie smart du bist du bist die Forschung ist immer flach und einfach was bedeutet du wirst du 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 Das ist aber nicht die Größe einer Bohne. Die Größe einer Kartoffel. Das ist so effizient. Ja, aber wenn wir das Ding ein kleines Stückchen geben... Pascal, was machst du? Leute, vielleicht wollen wir zurück. Was... was passiert? Das ist das Problem mit Feuer, Kreuz. Wenn du zu viel Druck machst, wenn du die Älef ausstattest, beginnt eine Reaktion. Und wenn das so passiert, beginnt die Älef ausstattest und dann... Kapow! Du kannst du die Älef ausstattest, wenn es eine Handheld weapon ist oder so. Aber mit dem Valkonist, das wäre ein totaler Disaster. Also, das ist das, warum du nie fertig hast deine Forschung? Ja, ich habe gesehen, wo es geht. Also, ich habe das ganze Kitten-Kaboodle geschlossen. Und das ist das, warum müssen wir die Experimenten stoppen, bevor jeder sich aufbaut. Ich... ich kann das nicht machen. Ja, es ist schwer für dich zu erzählen, oder? Ja, ich habe das nicht gemacht. Wie soll ich mir, wo sie sind und ich einfach mache. Du bist zu schütteln, mich zu schütteln? Ich bin was jetzt? Du hast gesehen, wo es ging. Du hast es einfach alles in der Kopf gemacht. Du hast überhaupt ein Konzept, wie schwer ich arbeite, um die Forschung zu verabundern? Du hast immer das gemacht. Du schützt, was ich mache, dann einfach besser zu machen. Ich kann es besser machen. Ich töte mich selbst, um zu erfolgreich zu sein. Und dann schläfst du mit deinem schnellen Gedanken und freundlich zu sprechen und... 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 und du schläfst mich vor mir, wie es nichts ist. Fourier, äh... ich... Nee, schrei Pascal nicht an. Fourier, wir müssen uns zu den Valkonisten Kreis kommen. Selbst wenn das Experiment nicht gefährlich war, ist es eine andere Gefahr auf der Weg. Wenn wir jetzt nicht agieren, wird es von seinem Elf getrennt werden. Just wie die anderen Valkonisten. Warte, die anderen Valkonisten? Ja, also müssen wir es aufhören. Nein, bitte, Fourier. Oh. Tell uns, wo Vorvernier ist. Ich weiß nicht, wo es ist. Aber der Mann in charge des Experimenten macht. Wer ist das? Fendel's Chief Science Officer, Kurt Bessel. Kurt Bessel? Du kennst ihn, Kapitän? Ja. Du kennst ihn, Kapitän? Ja. Die Ministry of Science ist in der Kapitän. Aber ich kann nicht sagen, ob er dort ist. Du kennst ihn nicht. Es ist nicht, wie es. Es ist nicht für mich. Okay. Dann würde ich sagen, wir haben unser Sold wieder erreicht. Dreh ich um Pascal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Great Step. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.